Hallo, mein Name ist Colin und das wollte ich euch gerade mal zeigen, um euch eine Regel zu erklären und zwar die allerwichtigste und erste Regel ist, wenn ein Hund, so wie ich gerade auf euch zugerannt kommt, egal was für ein Hund, egal ob groß oder klein oder welche Farbe der hat, müsst ihr einfach stehen bleiben. Die Arme vom Körper verschränken am besten oder am Körper halten, den Hund nicht angucken, nicht ansprechen, nicht weinen, nicht schreien, nicht weglaufen, einfach stehen bleiben, weil wenn ihr irgendwas macht, weglaufen oder weinen, verwirrt das die Hunde nur. Wenn ihr einfach stehen bleibt, dann schnüffel die mal kurz, dann würde ich einfach kommen, kurz mal gucken, wer ist das, mal schnüffeln und dann wäre das für mich auch okay. Also Regel Nummer eins, rennt ein Hund auf euch zu, wie ich gerade, einfach stehen bleiben. So, das war auch schon die erste Regel, tschüss, bis zur zweiten Regel.